Ich bin Raghana, bin 25 und bin darauf gekommen, weil ich so kahle Stellen habe von früher, von Krankheiten und so und die einfach nicht mehr wachsen. Wenn ich Frisuren machen will oder so, dann ging das halt nicht, weil man hat halt die ganze Zeit irgendwie Löcher gesehen. Jetzt kann ich einfach irgendeine Frisur machen und dann gehen, ohne nachschauen zu müssen, ob man noch was sieht oder... Ja, es ist viel besser. Ich teile aus, dass ich halt Haare am Kopf überall, ohne dass ich wieder irgendwas verstecken muss oder so. Sieht auch viel dicker aus und viel besser. Also ich habe mich sehr aufgehoben gefühlt und es war sehr wie halt daheim. Sehr gut erklärt und auch wegen den Schmerzen und es war sehr gut. Ich wusste dann gleich, dass ich es machen will. Dann hatte ich auch nicht mehr so viel Angst davor.